Wir brauchten Eisen, Iron, 6 Stück, so, wir brauchten das und wir brauchten Kupfer und zwar 3, 12. So, einmal weg damit und einmal, oh ich hoffe ich habe genügend, ach der ist über mir, gut, ich habe genau einen zu wenig, das gibt es doch jetzt nicht. Habe ich hier noch was drin, nein, zumindest nichts von essentieller Bedeutung. Das kann man hier rein, das kann man hier rein, wobei der Order Shuttle auch. So, Tree Trap, Feuer ins Bett legen. Auf jeden Fall, damit draußen nichts zu heftig wird. Und rausgehen und... Ups... Okay... Okay, das ist schon geil. Das ist wirklich geil, jetzt mit dem Schwert. Vor allem, weil er vielleicht noch 5,6 drauf geht. Äh... Also etwas mehr. Wer weiß. Ja... Hast du noch Früchte für mich? Du trägst nichts mehr. Du trägst nichts mehr. Hier auch nicht mehr. Du trägst noch was. Schön. Und du trägst auch nichts mehr. Okay. So, da haben wir schon mal ordentlich wieder was zusammen. Alles in den Extractor rein. Wo war das Zeug? Da. So, der wird wieder ausgesaugt. Okay, der hat jetzt schon 600.000. Oh, der ist fast komplett aufgefüllt. Das finde ich doch schon mal schön. So. Du hast das, was ich brauche. Zack. So. Und jetzt machen wir den da. Oh, habe ich jetzt zu viel gemacht? Ich glaube schon. Ich habe mich verrechnet. Oder nicht? Ach, ich habe mich verrechnet. Und zwar ein bisschen. Was kommt alles weg? Das kommt weg. 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 Glowstone brauche ich auch im Moment nicht. Ah, und Cutter natürlich. Tree Trap. So. So. Unten zum Part Builder und dann ab geht die Post. So. Denn wir haben jetzt das Ding. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? zwei Remainings. Zwei Remainings. Zwei Remainings. Zwei Remainings. Zwei Remainings. Oder muss man da jeweils nur eine drauf tun? Warte mal. Ich habe mir das doch irgendwo aufgeschrieben. Äh. Habe ich das vielleicht falsch gemacht? Da. Verbesserung. Ball of Moss. Circuit plus Battery. Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Schaufel. Funktioniert das vielleicht nur bei kompletten Sachen. Also. Gib mal ein bisschen Bronze und reparier mal die Schaufel. Ähm. So natürlich. Ähm. So. Haben die das rausgenommen. Nein. Wieso nicht mehr? Wieso geht das nicht mehr? Ich möchte das aber haben. Jetzt muss ich das eine Ding immer mit Maladinin reparieren. Das muss ich so reparieren. Es wird richtig teuer. Vor allem habe ich jetzt dann Diamanten verschwendet für. Äh. Es. Ich könnte kotzen gerade. Es regt mich etwas auf. Ähm. Kommst weg. Lass mal den. Ach. Da ist noch. Alumin drinne. Stimmt. Ich habe ja dann nur. Das eine geschmolzen. Ähm. Ja. Was machen jetzt. Tun. Was machen jetzt. Tun. Was machen jetzt. Das Obsidian und so weiter kommt mal weg. Was habe ich denn noch hier drinne. Ähm. Redstone. Das Netherack kann ruhig weg. Aber das sind alles noch unverarbeitete Materialien. Ähm. Ähm. Das kommt auch weg. Das Obsidian kommt wieder hier rein. Das Buch kommt auch da rein. Die Teile kommen da rein. Da war noch. Zwei Sticks. Zwei Sticks. Die kommen hier rein. Ähm. Ja. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Dann kommt. Cool. Das kommt hier oben hin. So. Dann würde ich sagen. Nehmen wir uns mal die Eimer. Und holen ein bisschen Lava. Ähm. Da. Ah ja. Da oben. Ist noch ein Wassereimer. Das ist jetzt ziemlich scheiße. So. Stirb doch einfach. Ihr habt es nicht verdient zu leben. Vor allem nicht mit diesem Schwert. Oder wenn ich dieses Schwert habe. Wenn man das jetzt noch verzaubern könnte. auf Sharpness. Hu 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 hu. Aber ich habe ja schon Sharpness drauf. Wenn man das irgendwie anders verzaubern könnte. Das wäre heftig. Ich lasse es mal. Wenn ich es nachher verliere. Bin ich das ganze schuld. Lauf. Sprinte. Weiter und weiter. Ich möchte zu meiner Lava Quelle. Die jetzt fast gar kein Lava mehr beherbergt. Fällt mir gerade auf. Wenn ich das hier mit Obsidian. Dann. Ffff. Bleibst du wohl hier. Zugemüllt habe. So. . Mmh. Und. So. So. Und. So. 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 So.